. Hallo zusammen, wir sind die Busy Cook und unser Talent ist... ...Breaking! Wir breaken alle seit etwa 20 Jahren. Ausser natürlich unsere zwei Kids. Kann ich das sagen? Nein. Wir haben gesagt, wir wollen das Team so zusammenstellen, damit wir vielfältig sind. Damit wir allen Möglichkeiten geben. Damit auch unsere Schüler, unsere neue Generation mitmachen können. Es ist wirklich eine Ehre in einem Team zu haben. Es ist eine große Motivation für unsere Inspiration. 48. 48. 48 wird immer noch besser, immer gut gelohnt, immer positiv. Ich glaube, es können nicht so viele Leute auf dem Kopf drehen. Also, wenn keiner in der Schweiz so wie er dreht. Es gibt sicher nicht so viele kleine Jungen oder junge Maschinen wie diese zwei. Wir machen richtige Gasbreakers auf der Bühne. Are we on the air? Nein, der Kuh ist wirklich wie eine zweite Familie. Oder? Ähm, wir... Ich. Ich. Eine grosse Familie, trainiert wie Maschinen. Und der Handy ist hier der Pestiefchef. Ich sehe hier viel zu viel. Löscht meine Nummer an! Löscht meine Nummer an! Okay, sorry. Löscht meine Nummer an! 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 Station Grandmart4 Durm記! D point Tack Check Check! Untertitelung des ZDF, 2020